Kießling Werbung ist mein Partner Gerhard Kinichaller und ich, Volker Kießling. Wir haben das Unternehmen gegründet im Jahre 1990 und sind seitdem gewachsen. Ich habe eine Lehre als Werbetechniker gemacht in einem Unternehmen in Hannover, habe danach in ein sehr großes Unternehmen in Hannover gewechselt, die heute zu unserem Kundenkreis gehören, und habe mich danach dann selbstständig gemacht. Wir sind, ich sage mal zu 90 Prozent, sind wir regionales Unternehmen. Wir haben aber auch unsere Kunden überall in Deutschland sitzen. In Hamburg die Hermes Logistikgruppe, in Hilden Renus Logistikgruppe, wir haben DHL, wir haben Rossmann, wir haben KIND, Hörgeräte und verschiedenste andere Markenartiklar. Das ist das fertige Produkt. Das packen wir jetzt an. Wir sind neben der Geschäftsführung 16 Mitarbeiter. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, anerkannt von der Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer. Wir haben Auszubildende im Bereich Siebdruck, Werbetechniker, Mediengestalter und Werbekauffrau. Wir haben langjährige Angehörige in unserer Firma, haben unsere Auszubildenden weiterentwickelt zum Gesellen und die sind auch weiterhin bei uns beschäftigt. Wir sind ein Unternehmen in dem Bereich Werbung, wo verschiedenste Medien zusammengebracht werden, wie Siebdruck, Digitaldruck, Tampondruck. Und dadurch, denke ich mal, können wir ein ziemlich breites Spektrum der Werbung abdecken. Ja, bei uns ist es dann halt, dass es wirklich hier noch alle miteinander arbeiten, wie zum Beispiel gestern 1645 der Anruf, wir brauchen noch eine Pressewand. Ja, das waren die Hannover Indiens hier aus Hannover. Und auch dieses Thema, die Montage läuft gerade, wir werden heute Abend fertig sein damit. Das ist in unserer Branche sehr gefragt.